Servus Angelfreunde und willkommen zu einem weiteren Video von RF4. Heute geht es um die Brasse bei der alten Festung. An dieser Position hatte ich eigentlich eine gute Bissfrequenz. Natürlich habe ich dann auch einige Köder durchgetestet und der Perlkraupenbrei funktioniert ja am besten. Klippen könnt ihr von 15 bis 18 Meter dort und den Spot könnt ihr wiederum auch wieder fürs Turnier verwenden am kommenden Freitag. Dann wünsche ich euch dort viel Erfolg und Petri Heil! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.